Wie ein Zimmerprogramm aus der Webseite Weilharter Info gelöst werden kann. Den Code auf der Webseite markieren, mit STRG-C kopieren und bei Worksheetgaden einfügen. Also bei Worksheetgaden einfügen, STRG A, STRG A und dann mit Calculate ausführen. Dann erhalten wir eher die Abrechnung. Und diese Abrechnungen wieder mit Copy und Paste in einen Text kopieren oder ähnliches. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Danke. Das war's.